Kein Spam, lieb und brav sein, jawohl. Links, unerwünschte Links, von mir aus kann der eine oder andere schon einen Link reinsetzen von seinem, von seinem, da bin ich nicht so, solange das nicht überhand nimmt, aber normalerweise, weißt du, wer nicht mehr kommt, den kommt nicht mehr. Wie hieß er denn? Ich hab so einen Namen vergessen, oh, ich hab so ein schlechtes Namensgedächtnis. Okay, wir können denn jetzt mal was suchen. Ja, komm Skeleton, such mal, such mal ein, ein, ein Spiel für uns. Ein Spiel. Ich bin Level, ach so 34, wie viel Geld hab ich denn? Ich will den DJ kaufen. 4.000, ja, dann hab ich bald. Da kann ich mich selber. Skeleton, such dann mal, wollen wir eine Runde spielen? Es sind vier, sind wir nur vier? Ja, komm, dann spiel. Skeleton, such mal für vier. Ein Spiel. Ja, aber Luke will doch auch mitspielen. Geht schon nicht. Geht schon nicht. Geht schon nicht. Geht schon nicht. Geht schon nicht, können wir schon nicht machen. so es sind schon mehr wie vier hier kommen wir gehen zu mega hier muss uns zu mega gehen vorne kurz warten und anderen kommen wir machen auf chessboard da bin ich vorgesmalt total reinge ich kann die next ich kann die next ja ok dann magst du die nächste runde und dann ist sowieso es vorbei jeder kann mitmachen einfach reinkommen ja klar ja ja geht einfach ein ich muss mal gucken wie viel nehme ich denn schon auf 50 minuten das geht wie ist der ton geschmolzen wollen alle machen okay machen wir geschmolzen gefallen ist glaube ich zu stark oder das schaffen wir nicht oder ich weiß es nicht eine schöne map hier ich mache hier war das schaut cool aus ich mag diesen stil hier dieses dieses plastik wir können es versuchen versuchen können wir es auf jeden fall dieses kunststoff das mag ich hier kann ich nicht na na ich mache es 2400 das ist mir egal ich mag es 2400 damit nichts schief geht Siehst du siehst du siehst du siehst du siehst du weil ich nicht aufgepasst habe Digga ich kann nichts setzen Türme. Ja, weißt du, die Kosten. Wo ist denn meine Farm? Ich habe keine Farm. Aber gut. So, jetzt müsste das eigentlich gehen. Ist das eine schwere Map? Ach, das ist eine schwere Map drum. Man merkt das. Man kriegt gleich viel weniger Geld. Man merkt das an der Art, wie das alles ein bisschen langsamer geht, beziehungsweise die Feinde eher kommen. Man hat ja so ein Gefühl. Man hat ja so ein Gefühl für das Ganze. Man sieht das nicht. Das war's. Ja, dann, warte mal, dann mach mal weh. Dann machen wir hier die Dinge her. Nein, 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 mach deine Farben hier her. Na? Das verlieren wir. Das verlieren wir. Man braucht immer so eine ganz billige Einheit, die Schaden macht. Ich bin gespannt, ob ich da ein Claim kriege ich drauf. Claim für 200. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bauer, schnell, 9, 4, 9. 1, 1. Dann kann ich doch den auch da hernehmen, bei dem stellen. So, dann habe ich hier 2. 2, 2, 2, 2, 1, 1. So, jetzt haben wir vier. Ja, ja, ja. Jetzt müsste ich noch, wie viel haben wir den? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da brauche ich den noch da her. Ich werde mir als nächstes auch den DJ kaufen, weil da kann ich sozusagen die Leute, kann ich das alles ein bisschen günstiger machen. Das war eine Sekunde zu spät. Den, 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 den. Das ist auch, ne, das werden wir nicht schaffen. Die, die Strecke ist so verdammt kurz. Ich habe so Hunger, ich gehe jetzt einkaufen. Ich will was essen. Wird zu spät gemacht. Wird zu spät gemacht. Wird zu spät gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das kostet das nächste Upgrade. 400. 550. Platzieren einfach woanders hin. Was meint er mich? Soll ich was wegtun? Das ist nicht aufgepasst. Ich schaue mal hier bei Twitch. Schon lange nicht mehr reingeguckt. Kenne ich dich? Nein, okay. Passt. 95. Passt. Nils, konzentriere dich auf das Spiel. Ich habe Hunger, ich muss jetzt eine Banane essen, sonst falle ich hier vom Stuhl. Das heißt, müssen wir mal gucken hier. 400. Ich hätte es da hinten aufstellen können. Ja, ich habe das nicht gesehen, dass da hinten noch so viel Platz ist. Ich glaube, wir werden, das werden wir verlieren. Es tut mir leid, Leute. Und zwar einfach, weil... Ich weiß nicht, dass der Weg ist so kurz. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich klemm hier wieder irgendwo drin. Ich habe 2400. Das ist jetzt. Wird es ein bisschen billiger hier. Ich brauche mal ein bisschen Geld. Das ist cool. Der DJ ist cool. Spart mal richtig Geld. Hab den Turm gebaut, der unter der Brücke war. Ja, gut gemacht. Ich habe das nicht gesehen. Mal, weil der Text ist, dauert immer ein bisschen, bis der aufpoppt hier und dann, dann habe ich schon drauf gedrückt. 6.000, 6.000. 5.400. Also, ich glaube... Also, ich glaube... Wir werden das verlieren. Wir werden das verlieren. Wir werden das verlieren. Aber ist okay, man könnte es nicht ändern Ich müsste jetzt 6000 machen 4.800 Chris, die Waffel Ja, eine schöne Waffel, das wäre jetzt heiße Waffel Oh, das wäre super Digga, kann man da Geld sparen Alter Schwede, also so ein DJ auf Level 5 Das ist ja der Hammer Da kannst du ja richtig Geld sparen So eine schöne Waffel Oh mein Gott Ich kann mich noch erinnern, wo Mama noch gelebt hat Da hat es öfters mal Waffeln gegeben Ja Das ist vorbei Jetzt haben wir noch 130 Jetzt muss ich mich mal konzentrieren Level 4 Level 4 Level 2 Falsch Du musst richtig klicken 6000 So, wir haben aber noch vier Stationen Oder habe ich eine nicht gebaut Da hinten stehen noch die fünfte Ja, jetzt geht's Jetzt geht's Das müssen wir mal gucken 6.000 6.000 Aber wir werden das nicht schaffen Ja, ja Wart's ab Also so ein DJ werde ich mir auch zulegen Könnt ihr jemanden die verkaufen? Ich muss aber jetzt gucken Dass ich hier Endlich meine Schamen auf die entsprechenden Hohen Skills kriege Gott, das ist so unübersichtlich 3 Und jetzt ist alles 4 Oder was? 4, 4, 4, 4, 4, 4 Ich werde jetzt mal Ich muss jetzt mal der nächsten Ja, ich mache jetzt mal 1 auf 20.800 Das ist mir egal Leute, ich muss was essen Leute, ich muss was essen Ja, das ist mir egal Ja, das war mir klar Schade 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 Ja, das ist mir egal